Tausenden Unternehmen droht die Insolvenz und Millionen Menschen leider die Arbeitslosigkeit. Das Virus trifft mit voller Wucht unsere Wirtschaft und bringt unser System an die Grenzen der Belastbarkeit. Wir sprechen da in diesem Video mal darüber, warum viele kleine und mittelständige Unternehmen vor dem Aus stehen, welche vorstellbaren Szenarien für unsere Wirtschaft denkbar wären und welche neue Rolle natürlich der Staat hierbei einnehmen könnte. Und damit ein ganz, ganz herzlich Willkommen. Mein Name ist Klaus Roppel. Vermögensaufbau, Vermögensschutz haben wir sehr vielen mittelständigen Unternehmen auch mit zu verdanken. Nun Fakt ist, dass es eine solche abrupte Vollbremsung der globalen Wirtschaft bis dato noch nie gegeben hat. Und die Folgen werden leider Gottes sehr, sehr heftig sein. Denn es droht uns eine Pleitewelle an Unternehmen, dessen Ausmaße wir uns heute wahrscheinlich so noch gar nicht richtig vorstellen können. Bereits seit dem Ausbruch des Virus ist die Zahl der Insolvenzion hierzulande rapide in die Höhe geschnallt. War das beispielsweise bereits die bekannten Unternehmen wie Vapiano oder auch die Maredo, beliebt für ihre Steaks, Kette getroffen. Andere Unternehmen wie Galeria Kaufo flüchten sind bereits unter einem Rettungsschirm, um nur mal einige zu nennen. Doch es steht außer Frage, dass viele weitere Folgen werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos haben bereits mehr als 650.000 Unternehmen nach unseren Recherchen Kurzarbeitergeld angemeldet. Wenn man bedenkt, dass es selbst zum Höhepunkt der Finanzkrise 2008 gerade mal nur 23.000 Unternehmen waren, die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, dann wissen wir mit welcher Geschwindigkeit und Größenordnung wir es hier mit dem Pleitevirus zu tun haben werden. Doch dass damit dann nicht alle Probleme beseitigt werden, ist wohl auch jedem klar. Denn diese Maßnahme verlagert das Problem ja erstmal nur nach hinten. Was droht, ist vielmehr natürlich dann auch eine Massenarbeitslosigkeit in den nächsten Monaten. Zwar versprach die Politik unser Arbeitsminister Robertus Heil, dass man alles in die Waagschale legen würde, um jeden Arbeitsplatz zu retten. Doch wenn man mal ganz ehrlich ist und weiß, dann ist das auch irgendwo eine Wunschvorstellung, die dauerhaft eigentlich gar nicht so kurzfristig lösbar ist. Denn diese Schockstarre, in der wir uns zur Zeit befinden, gleicht den 1929. Lediglich die Ursachen dafür sind andere. Damals brach infolgedessen unter anderem die Nussbrinkproduktion nach und nach um 40% ein und mehr als 5 Millionen Menschen wurden seinerzeit arbeitslos. Heute versucht die Politik einfach mit überhöhten Mengen Geld, mit pauschalen Zusicherungen und weitreichenden Garantien, die wirtschaftlichen Folgen abzufedern. Aus der Sicht der Politik durchaus verständlich. Doch eins ist sicher. Die zur Zeit unternommenen und bereits gestellten Hilfspakete werden auf absehbare Zeit natürlich dazu führen, dass die deutsche Wirtschaft meiner Meinung nach durchaus in eine Staatswirtschaft zusteuert. Angerührt von Milliardenprogrammen des Bundes, zinslosen Krediten oder auch mit Steuergeldern finanzierten Arbeitsplätzen. Dass die damit verbundene gigantische Neuverschuldung ein erhebliches Risiko für einen Schuldenkompass, Schuldenkompass, Kollaps, sorry, Schuldenkompass und eine damit verbundene Währungsreform darstellt, ist wohl auch den Regierungs- und Währungshütern, ja, ich hoffe, nicht egal, aber schauen wir mal. Na ja, angesichts der Lage kann man ja schon fast behaupten, dass das wohl alles alternativlos ist. Doch am Ende des Tages läuft es ja auch immer darauf hinaus, dass derjenige, der die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt, auch die Rahmenbedingungen irgendwo natürlich mitdelegieren oder mitbestimmen möchte. Wie es aber bisher in jeder Krise der Fall war, werden die großen Konzerne meist besser durch diese Zeiten kommen, wobei der Mittelständler oder auch das Familienunternehmen, ja, vom Markt mehr oder weniger leider in vielen Teilen verschwinden wird. Dadurch werden auf Dauer die großen ungehündert, die kleinen verdrängen und die Schere zwischen Arm und Reich weiter öffnen. Genau diese Befürchtungen sind zum Beispiel auch von Adidas wunderbar zu erkennen. Am Beispiel Adidas zu erkennen, wenn ein deutscher Vorzeigekonzern mit jahrelange Rekordgewinnen während der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg einfach mal so beschließt, die Miete für seine deutschen Geschäfte mal vorübergehend auszusetzen, weiß man eigentlich, wo wir hier angekommen sind. Aber die kleine Modemoutique hat dann bei der ersten Zahlungsversäumnis direkt die Kündigung im Briefkasten, es sei denn, die stößt auf einen solidarischen Vermieter, der das finanzieren kann. Da fragt man sich ja allen Ernstes, wo hier der noch so geforderte Solidaritätsgedanke bleibt. Aber, wie heißt es so schön, am Ende des Tages gewinnt dann doch immer die Macht des Geldes. Und vor allem die gierigen Barreserven, die geringen Barreserven, sorry, vieler Unternehmer werden, je länger der Shutdown führt, zum letzten Strohhalm, eigentlich zum Überlebenskampf. Klar wurden seitens der Regierung die Soforthilfen bereitgestellt, die auch schon auf vielen Geschäftskonten eingegangen sind. Gottlob, ja, aber jeder Unternehmer weiß, dass es möglicherweise gerade mal für ein oder zwei, naja, drei Monate vielleicht mal ausreicht, um sich irgendwie noch mit den laufenden Kosten über Wasser halten zu können. Fakt ist, je länger die Geschäfte geschlossen sind, desto weniger können vor allem kleine Unternehmen die Pleite abwenden. und damit ihre Beschäftigten auch nicht mehr beschäftigen. Doch, nicht nur die Unternehmer kämpfen mit dieser Ungewissheit, sondern auch die Ökonomen, die sich mit den möglichen Krisenverläufen natürlich jetzt schon auseinandersetzen. Im besten Fall, also, so heißt es immer, vollzieht es unsere Wirtschaftsentwicklung, ein V nach, das bedeutet, dass sie nach einem kurzen Steinenabschuss wieder, sich alles wieder normalisiert. Das ist die eine Theorie. Man spricht dann von einem harten Shutdown von rund fünf Wochen. Nach diesem Szenario würde die Wirtschaft also zum Ende des Jahres, nach deren Prognose, wieder auf Hochtouren laufen. Wenn man aber mit den Menschen da draußen mal spricht, glauben die wenigstens noch an so einen glimpflichen Ausgang. So sind es für den Fall, dass die Corona-Krise aber durch den Sommer hinweg anhält, deutlich andere Szenarien auch denkbar. Hier spricht man dann von einer anderen Verlaufsform, nämlich die sogenannte U- oder U-Form. Heißt, die Wirtschaftskraft würde abfallen, längere Zeit auf niedrigem Niveau fahren und erst nach zwei oder mehr Jahren wieder an Fahrt gewinnen können. Es gibt aber im Zuge dessen auch noch einen weiteren Buchstaben, im Moment nur ABC, nämlich das L. Hierbei haben wir mit einem steilen Abschluss zu tun, wobei es danach nur noch seitwärts geht und nicht mehr aufwärts. Verschiedene Szenarien also. Die Wirtschaft wäre so am Boden, dass sie nicht mehr in Gang kommen würde. Denn den Menschen fehlt es am Ende zum Konsumieren und den Firmen am Kapital zum Investieren. Und dieses Worst-Case-Szenario wird aber aller Voraussicht nach mit allen verfügbaren Mitteln natürlich versucht abzuwenden. Und dafür wurde ja schon das größte Hilfspaket für die deutsche Wirtschaft in der Geschichte der Bundesrepublik mittlerweile verabschiedet. Insgesamt wurden rund 1,4 Billionen Euro mittlerweile mobilisiert. Zusätzlich könnten Großkonzerne im schlimmsten Fall auch darauf hoffen, dass der Staat sich bei ihnen beteiligt, wie zum Beispiel gleich bei der Lufthansa. Die bereits angesprochene Staatswirtschaft wäre also dann in vollem Gange. Das Ganze soll übrigens über den mit 600 Milliarden Euro schweren Wirtschaftsstabilierungsfonds geschehen. Hierbei sind der Fantasie, auf Deutsch gesagt, wohl keine Grenzen mehr durch die Politik gesetzt, um alles Erdenkliche zu tun, um nochmal das Schlimmste doch vielleicht zu vermeiden oder zu verhindern. Doch eine Sache steht dabei jetzt schon fest. Der Bürger, der Steuerzahler, wird am Ende für diese unfassbaren finanziellen Aufwendungen natürlich zur Kasse gebeten. Denn irgendwie muss der Staat die Gelder ja wieder reinholen. Denn anders lässt sich diese Weltwirtschaftskrise nun mal nicht stemmen, im Zuge dessen, dass der Staat in einem übergeordneten Maße natürlich in die Wirtschaft nun eingegriffen hat. So hat die Regierung den normalen Wirtschaftskreislauf mit den sogenannten Anti-Corona-Gesetzen bereits jetzt schon mehrfach unterbrochen. Vermieter dürfen Mietern, auf Deutsch gesagt, vorübergehend nicht mehr kündigen, oder Verbraucherdarlehen können beispielsweise bis Juni vorerst mal ausgesetzt werden. Also das sind ja schon Dinge, die mit einer freiheitlichen Demokratie wenig noch zu tun haben. Doch dass kein Mieter wegen der Corona-Krise seine Wohnung, kein Selbstständiger sein Ladengeschäft verlieren sollte, steht natürlich außer Frage. Doch es waren nicht strauchelnde Privatpersonen, sondern eben große Unternehmen wie Adidas, Deichmann, H&M, die als erste ankündigten, ihre Ladenmieten vorerst als präventive Maßnahmen zurückhalten zu wollen. Da sieht man, wo die Reise hingehen kann. Hier ist dann vor allem die Frage nach der Gerechtigkeit und nach der möglichen Stabilisierung unseres Landes durchaus angebracht und die Frage, dass unser Wohlstand dann hoffentlich nicht weiter in Gefahr kommt. Meiner Meinung nach werden wir am Ende der Krise ein neues flächendeckendes Wirtschaftsmodell vorfinden, was sich von der Idee auch der Globalisierung wegbewegen wird. Das würde zwar die Produktion ineffizienter in gewissen Bereichen machen und womöglich auch teurer machen, doch ich glaube, dass wir das durch unsere Politik in Kauf nehmen würden. Doch erstmal müssen die Unternehmen gegen den vielleicht größten Absturz in der Geschichte bestehen und wie gesagt das Aus verhindern. Solltest du dich in diesen Tagen auffragen, wie es für dich persönlich auch in finanzieller Hinsicht ausgehen kann und weitergehen kann, ob du jetzt ein kleines oder großes Vermögen im Rücken hast, dann bewirb dich vielleicht bei unserem Experten-Team und mir mal für ein Erstgespräch. Und wir schauen natürlich auch in dem Zusammenhang, wie lege ich heute überhaupt noch sinnvoll Geld beiseite, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt. Dazu kann man sich entsprechend über uns einfach mal informieren. Ich betone, es ist keine Beratung, sondern eine Information, wo wir Menschen helfen. Das Ziel ist nämlich den Wohlstand nicht in Gefahr weiterzubringen, sondern ihn weitestgehend zu erhalten. Also trage dich hier unter diesem Video mal für ein Erstgespräch in der Videobeschreibung, findest du den Link ein. Und bleib mir bei all diesen doch nicht gerade schönen Zeiten, die wir zur Zeit haben, gesund. Schaut nach vorne. Klar, nach der Krise kommt auch eine andere Zeit wieder und die können wir jetzt schon gestalten. Und dazu seid ihr auch ganz, ganz herzlich eingeladen. Bleibt mir gesund. Bis bald. euer Klaus Habe. Vielen Dank. Vielen Dank.